Jo, servus und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist bei einem sehr spannenden Video, wie ich finde. Doch bevor ich gleich anfange und dir mein Depot zeige, noch mal der Hinweis, ca. 70% aller Zuschauer des Kanals sind noch keine Abonnenten. Also wenn du zum ersten Mal da bist oder ab und zu vorbeischaust, lass doch auch mal ein Abo da, vielleicht auch einen Daumen nach oben. Das hilft nicht nur dem Kanal zu wachsen, sondern das hilft auch dir hier in der Gruppe, in der Finanzfüchsle Community beizutreten und eben auch dich in puncto Finanzen und Investments zu verbessern, weil das Ziel dieser Community ist es wirklich in erster Linie, sich gegenseitig auszutauschen. Das ist eine Plattform für Anfänger und Fortgeschrittene, natürlich auch für Profis im Börsen- und Aktienbereich. Und das geht um Lernen, sich gegenseitig unterstützen und konstruktive Kritik geben. In diesem Sinne herzlich willkommen. Ja, so viel sei gesagt. Der heutige Tag war wieder ziemlich, ziemlich, ziemlich interessant. Auch wie du sehen kannst, von der Kurve etwas nervenaufreibender. Anfangs hat es gut losgelegt. Ich werde gleich sagen, warum. Dann ging es ein bisschen bergab bis zu einem Prozent, ein bisschen wieder gestiegen. Dann ist es wieder fast schon ins Bodenlosen gefallen. 2,48 Prozent. Aber wenn du häufiger auf meinem Kanal bist, dann weißt du, das sind kleine Haselnüsse im Vergleich zu den Kokosnüssen im letzten Monat, beziehungsweise Anfang diesen Monats. Und ja, die Woche sieht dann so aus. 3 Prozent im Plus. Das ging hoch, das ging runter, war aber zu keiner Zeit im Minus. Also eine sehr erfreuliche Woche. Und der Monat, das wird eine kleine Achterbahnfahrt. Da ging es hoch, da ging es runter. Und jetzt gräbt sich momentan bei 1,28 Prozent im Minus rum. Ja, jetzt wirst du wahrscheinlich gleich schmunzeln müssen, weil du zu 100 Prozent wusstest, welchen Kauf ich heute getätigt habe. Natürlich, gestern habe ich noch gepredigt, kauf auf keinen Fall Spineway. Warum? Weil es teuer ist, weil es gefährlich ist, weil es gezocke ist. Und warum habe ich das gesagt? Ich habe es gesagt, weil ich wirklich für dich das Beste will und das Beste ist, dass du dir nicht die Finger verbrennst. Aber dann habe ich so viel darüber nachgedacht und auch Wall Street Bats ist wieder heiß und ich war wirklich am Glühen, ja, am Glühen wie eine Glühbirne kurz vor der Explosion. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin zwar schon ein paar Mal mit Wall Street Bats auf die Schnauze gefallen, sprich Nokia Blackberry. Und man sagt, eigentlich ein gebranntes Kind scheut das Feuer. De facto ist es so, ich war so heiß, ich konnte nicht widerstehen und habe mir tatsächlich auch hier Spineway geholt. Und zwar für, jetzt sind wir hier bei 124.000 Stück und bin hier nicht erschrecken, bei einer Performance von 27,28 Euro. Es war halt morgen so, ich habe gestern Abend überlegt, ich könnte ja mal ein Limit stellen, habe heute morgen eingekauft für 0,8 und heute morgen ist es gestiegen und ich konnte die dann verkaufen und habe heute morgen 100 Euro ungefähr, jetzt müssen wir gucken, war das ungefähr 100 Euro plus gemacht, 90 Euro ungefähr, das könnte davon kommen. Habe die verkauft und dachte, Mensch, die fallen, da steigst du nochmal ein, holst nochmal Spineway, 100.000 ist es Maximum, hast du geholt, ich glaube 75.000 und dann habe ich mir nochmal 49.000 geholt und ja, ist jetzt bei 0,4 Cent Einstieg nicht ideal. Warum habe ich es gemacht, obwohl ich sage, Mensch, das ist scheiße. Grundsätzlich ist es nicht gut, wenn man in was investiert, was mehrere Prozent Kosten hat im Sinne vom Spread. Ich habe gestern Abend 5,6 Prozent bezahlt, das ist in Ordnung, finde ich. Nichtsdestotrotz ist es teuer. Mir war bewusst, es ist ein hohes Risiko und ich bin ja gestern nur reingegangen für, sagen wir mal, 100 Euro und bin mit 190 rausgegangen und heute war es eben so, dass ich gesagt habe, ey komm, ich habe noch Lust, da geht noch was. Ja, ging auch was, erst mal nach unten. Ich habe dann für 4 Cent gekauft, also relativ billig, sage ich jetzt mal. Ist auch dann wieder gestiegen und ja, dann kam die Überraschung. Die Börse Hamburg hat angekündigt, den Handel mit dem Wert Spineway SA, also SA steht für französisches Unternehmen, Unternehmensgesellschaft, Aktiengesellschaft, ab Freitag, den 12. Februar 2021 um 17.30 Uhr bis Montag, den 15. Februar 2021, 9 Uhr auszusetzen. Solange nimmt die Börse Hamburg keine weiteren Orders mehr an. Bei Fragen wenden sie sich bla 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 bla. Kaum auch noch von Trade Republic eine Info per Mail, dass es nichts mit Trade Republic zu tun hat. Das war einzig und allein die Entscheidung von Börse Hamburg und damit habe die Trade Republic nichts zu tun. Das heißt jetzt quasi, ich muss schmunzeln, ich sitze auf den Aktien und kann sie nicht verkaufen, denn der Handel ist ausgesetzt. Ja, hier zumindest in der Börse Hamburg. Jetzt kann es natürlich sein, dass die ganzen Wall Street Bats, die Wall Street Bad Boys alle weitersetzen und vielleicht fällt es schon wieder ins Bodenlose und dann gibt es natürlich eine Bruchlandung. Ich sehe es jetzt mal positiv. Ein Gesamtverlust wäre 421 Euro. 90 Euro habe ich plus gemacht. Also im aller, allerblödsten Fall könnte ich 330 Tacken verlieren. Das wird mich jetzt nicht um eine, ja, um, das wird mich jetzt nicht negativ stimmen oder um eine Nacht voller Schlaf bringen. Aber ich bin optimistisch und denke, am Montag geht es weiter. Nochmal, nur, dass ich es gekauft habe, heißt nicht, dass es gut ist. Ich bleibe bei der Meinung, dass es scheiße ist. Ich habe heute einfach einen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, ich habe ein gutes Mindset. Ich habe Lust zu zocken und ich habe heute die Eier. Es gibt wirklich morgens, da wachst du auf, da hast du einfach nicht diesen Bock, da hast du nicht diese Lust, so wie ich in den letzten Tagen. Und was mache ich dann? Ich verkrieche mich dann und kaufe mir dann solide Aktien wie BlackRock, Pfizer, Tesla oder sowas wie Salesforce, um eben dann sage ich jetzt mal sichere Aktien zu haben, wo man jetzt nicht Angst haben muss, dass die vielleicht jetzt mal 20 Prozent in einer halben Stunde fallen. Ja, Spineway, das war meine einzige große, meine eine große Tätigkeit heute. Was heißt groß, mittelgroß? Nicht investierter Betrag ist demnach bei 20 Euro. Das ist natürlich sehr schlecht, dass ich jetzt so gesehen keinen Cash habe, aber da verkaufe ich dann eben BlackRock, Pfizer oder Tesla, dann habe ich wieder. Und ja, ich habe heute nochmal nachgekauft bei Quantafuel und zwar für 6,70 Euro bin ich jetzt drin. Ich glaube, ich habe für 6,60 Euro nochmal nachgekauft heute und da bin ich jetzt bei einer Performance von 1,47 Euro Minus. Warum ich da eingestiegen bin, habe ich gestern erklärt, dass Unternehmen, das eben auch von Analysten hochgehypt wird, das auch in puncto, ja, ich sage jetzt mal Trading-Performance auch eher höher anzusehen ist und in Anführungszeichen Nachhaltigkeit. Da denke ich, geht was am 23. zu voten, wenn eben die Veröffentlichung der Geschäftszahlen ist. Da spekuliere ich drauf und ich sage fest, dass da mindestens 7 Euro Kurswern sein wird. Wie gesagt, das ist eine Schätzung. Ich bin auch kein Finanzexperte. Ich habe da keine Graphen oder keine mathematische Gleichungen, die das irgendwie annähern könnten. Das ist einfach so eine, ja, rein menschliche Betrachtungsweise kann natürlich wie so häufig in die Hose gehen. Ja, ansonsten möchte ich jetzt mal in meine Watchlist gucken. Auch da gibt es ein paar interessante Neuigkeiten, was ich hier habe. Zum Beispiel Neo Metals. Die wurde mir empfohlen. Was da jetzt genau hinter steckt, das weiß ich noch nicht zu 100%. kommt aus Australien. Da geht es sicherlich auch um bestimmte Bodenschätze. Eco-Graph. Habe ich heute eine schön lange Nachricht bekommen. Soll ich mir unbedingt noch mal angucken. Wie der Name schon andeuten lässt, geht es bei Graph um Graphit. Graphit ist quasi Kohlenstoff in reinster Form. Jetzt nicht so schön wie ein Diamant, der auch nur aus Kohlenstoff besteht, sondern eben dreckig und staubig und kennt man vielleicht eben von Minen, von so Bleistiften, also in Anführungszeichen Blei, die eben aus Graphit bestehen. Ja, was ist noch interessant? Clean Power Capital. Das ist natürlich die Zocker-Aktie schlechthin. Da ist wahrscheinlich kein intrinsischer Wert. Das ist jetzt wieder was, wo man, wenn man richtig Bock hat, reingehen kann. Aber das ist was, wo ich auf keinen Fall empfehlen würde. Das ist 0,0 nachhaltig. Das ist 0,0 klug in dem Sinne. Aber es kann natürlich belohnt werden, weil Risiko eben in der Regel belohnt wird. Ansonsten, ja, habe ich die Empfehlung bekommen, ich solle mir doch mal Foslo angucken. Ich habe jetzt zugegebenermaßen noch nicht reingeguckt. Das soll um, ist es jetzt Elektromobilität bei Zügen? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Das gucke ich jetzt mal hier. Die Foslo AG konzentriert ihre Aktivitäten auf ihre Kernkompetenzen rund um Technik und Infrastruktur des an Schienen gebundenen Verkehrs. Okay, müsste ich mal genauer anlesen. An und für sich klingt es jetzt eher wie eine Aktie, die man langfristig halten sollte. Vielleicht ist da aber auch was drin zum zocken. Ich weiß jetzt nicht. Na gut, volatil ist es auf jeden Fall. Auch da... Mal gucken, vielleicht geht da was. Auf jeden Fall danke für den Tipp, von wem der auch immer war. Kavios, einer meiner Lieblingsaktien, komme ich einfach nicht mehr rein. Ist einfach zu teuer. Da warte ich wieder, bis sie auf 50 fallen, um wieder einzusteigen. GlaxoSmithKline ist etwas für alle, die eben Dividendenaktien lieben. Schauen wir uns an. Eine meiner anderen Lieblingsaktien aus dem Bereich Chemie, um genau zu sein, das achtgrößte Chemie-Union neben der Welt. Lyon del Basel Industries ist von den Niederlanden und auch das mega interessant. Die sind wirklich gut am liefern. Dividende vor allem. Schauen wir mal weiter. Norweger, Fjordkraftholding. Ich hatte es gestern schon mal angesprochen und zwar wurde ich gefragt, was ich zum Thema Wasserkraft halte, sprich Energieerzeugung, Stromerzeugung durch Wasserkraft. Ich habe gesagt, ich habe davon keine Ahnung und habe den Tipp bekommen, auf die Norweger Fjordkraft setzen zu können. Ja, habe ich mir jetzt noch nicht genauer angeguckt. Klingt interessant. Ob das jetzt was für mich ist oder nicht, weiß ich jetzt noch nicht. Ist auf jeden Fall im Depot. Kann man sich mal angucken. Analysten sind der Meinung, hier kaufen. Financial Release ist am 19. Februar. Das ist nächste Woche. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie die Zahlen sind. Vielleicht könnte man da eine rosige Prognose antizipieren. Na gut, müssen wir mal gucken. Ansonsten, Amazon lächelt mich schon wieder an und sagt, hier kauf mich. Wir sind jetzt schon fast wieder bei 2.650 Euro. Orkugine, ja, da geht es schon längere Zeit bergab wieder. Schon ein paar Tage, nachdem sie ihren Superpeak hatten bei fast 15 Euro am Montag. Ja, was gucken wir uns mal heute an. Was machen die Freunde des gepflegten Cannabis-Konsums? Halo Collective. Also das sind, oder Halo Collective. Das sind jetzt alles Unternehmen, die auch von Wall Street Bats übel gepusht worden sind. Gerade Sandial Crowns. Also jeder, der da drin ist, sollte sich jetzt schleunigst überlegen, ob er da drin bleibt oder ob er rausgeht und sich ein Limit setzt. Weil das ist sonst ein ähnliches Schicksal, was ich schon hatte mit Nokia und mit Blackberry. Ich habe gesehen, es gibt immer noch viele, die in Nokia und Blackberry sitzen. Kann sein, dass die irgendwann wieder kommen. Aber kann auch sein, dass das einfach nicht mehr der Fall sein wird. Weil auf Wall Street Bats kann man sich da nicht mehr verlassen. Es ist gefährlich. Das Problem ist einfach, Wall Street Bats ist momentan einfach so wild und die gehen auf so viele verschiedene Aktien. Das ist eher momentan strategielos. Zum einen werden die kleinen Aktien wie Spineway angegriffen. Dann die ganzen grünen Aktien. Dann auf Short Seller. Da fehlt momentan die Strategie. Ähnlich auch Tilray. Auch da ging es heute bergab. Schauen wir uns Afria an. Auch bei Afria, die haben sich heute nach einem Fall auf 16 Prozent, 16,5 Prozent wieder schön berabbeln können und sind jetzt ungefähr Null auf Null. Und ja, ansonsten schauen wir uns mal an. Auch Aurora Cannabis hat heute eine böse, böse, böse Klatsche erlebt. Also wie gesagt, ich wiederhole es gern und immer wieder. Ich bin ein großer Fan von den grünen Aktien. Mit grünen meine ich in dem Fall eben Cannabis. Auch wenn ich selber kein Konsument bin. Allerdings bin ich einfach der Meinung, das ist einfach etwas, was man legalisieren muss. Aus so vielerlei Hinsicht. Und ich bin mir auch sicher, dass die Menschen, vor allem die Politiker, jünger werden, dynamischer werden und es auch erkennen. Wobei es natürlich, wie zum Beispiel ein Herr Biden, auch ältere, betagtere, reifere, lebenserfahrene Menschen gibt, die eben der Meinung sind, dass man das machen soll. Aber bis das in Deutschland mal der Fall ist, ich glaube, da werden wir alle 10, 15, 20 Jahre älter werden, bis da mal eine neue Generation junger, dynamischer Politiker kommt. Vielleicht sollte ich an die Politik. So. Ansonsten, ja, Nel Asa kann man sich mal wieder angucken. Palantir, Big Data from China. Genau. Ja, in diesem Sinn möchte ich es auch mal lassen. Heute gab es, denke ich, bei ganz vielen rote Zahlen. Schreib mir mal in die Kommentare, wie dein Tag gelaufen ist. Schreib mir aber auch mal, wenn es bei dir gut gelaufen ist. Aber bitte auch mal ehrlich, weil ich finde es interessant. Ich hatte gestern, ich habe gezählt, zehn Nachrichten bekommen, wie viele Leute gewonnen haben mit den Spineway-Aktien. Keiner hat verloren. Das finde ich dann sehr interessant. Da einfach mal auch vielleicht ehrlich so, wenn es nicht so gut gelaufen ist, würde mich mal interessieren. Ich meine, ich bin ja auch transparent und offen und ehrlich, wenn ich mal eine böse, böse Glatsche bekommen habe. Und hey, das Lachen habe ich trotzdem nicht verloren. In diesem Sinne ein schönes Wochenende und freu dich auf morgen auf morgen kommen, wenn alles glatt läuft. Die ersten Depot-Bewertungen. Wie genau, das lasse ich mir noch einfallen, spontan. Aber freu dich drauf. Schau wieder vorbei und lass ein Abo und einen Daumen nach oben da. In diesem Sinne alles Gute und ein erholsames Wochenende. Tschau, tschau, tschau.